Musik Nach der Ausbildung bei der BAP möchte ich in den Support gehen, um Leuten mit IT-Problemen weiterzuhelfen. Nach der Ausbildung würde ich gerne in die Web-Entwicklung gehen, da ich ein kreativer Mensch bin. Nach der IT-Schule werde ich dann mein Fachabi nachholen und danach in Deggendorf Wirtschaftsinformatik studieren. Nach der Ausbildung an der BAP-IT-Schule würde ich gerne in einer IT-Firma arbeiten, die möglicherweise etwas mit SAP zu tun hat. An der IT-Schule der Berufsakademie Passau bilden wir in drei Jahren zum Fach Informatiker Anwendungsentwicklung aus. Die hauptsächlichen Fächer, die man dabei hat, sind Programmieren, also in Programmiersprachen wie C-Sharp, Java, aber auch Webseitenentwicklung, Datenbanken und nicht zu vergessen auch die anderen Fächer, die mit IT zu tun haben, nämlich Methoden der Softwareentwicklung zum Beispiel oder das große Feld der Systemintegration. Für die IT-Schule braucht es einen mittleren Bildungsabschluss, also die mittlere Reife, außerdem die Fähigkeit strukturiert, logisch und mathematisch zu denken und das Wichtigste an der Sache ist, dass man eben Freude an der Arbeit hat und vor allem Freude am IT-Bereich. Ich habe schon sehr früh mit Computern zu tun gehabt und dementsprechend wollte ich etwas im IT-Bereich machen. Ich bin in den IT-Bereich gegangen, da mein Dad auch in dem Bereich arbeitet und dadurch habe ich sehr früh Zugang dazu bekommen und habe mitgekriegt, dass mir das Ganze Spaß macht und genau das soll es ja sein, es soll einem Spaß machen, wenn man es als Beruf macht. Der Markt für IT-Spezialisten ist sehr gut. In und um Passau haben wir sehr viele Firmen, die im IT-Bereich tätig sind oder über eine eigene IT-Abteilung verfügen, wo man dann später auch als Informatiker Karriere machen kann. Durch die sehr breit gefächerte Ausbildung an der IT-Schule Passau fällt es unseren Absolventen normalerweise leicht, sich auch betriebsintern vorzubilden, zum Beispiel als Projektleiter oder auch ein Studium später aufzunehmen. Die BAP-IT-Schule ist für mich eine besondere Schule, da sie die Praxis und die Theorie sehr gut miteinander verschmilzt. Also mir gefällt die BAP sehr, weil dann die Lehrer dabei sehr unterstützen, den Stoff zum Vertiefen, auch nochmal genau auf die Schwächen eingegangen, die man hat und so hat das Lehren auch viel Spaß gemacht. Ich habe mich für die BAP entschieden, da ich eine berufliche Ausbildung dort machen kann und diese trotzdem in einem schulischen Umfeld ist, was Vorteile mit sich bringt. BAP ist eine besondere Schule, weil die Lehrer immer führend da sind. –